Sehr geehrter Herr Landesvorsitzender Ortmann, sehr geehrte Frau Scholz und sehr geehrte Mitglieder des BDV-Landesvorstands, sehr geehrter Herr Staatsminister Beuth, sehr geehrte Frau Landesbeauftragte Ziegler Raschdorf, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordnete Meier, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Hessischen Landtages, ich begrüße namentlich den Fraktionsvorsitzenden Herrn Lambrou, Herrn Hofmeister, Herrn Schad, Herrn Bocklet, Frau Bründel, Frau Schleenbecker, Herrn Yüksel, Herrn Schulz und Frau Deißler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mende, sehr geehrter Herr Landtagspräsident ade Staatssacher, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Adé Bouffier, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie als Schirmherrin des Festaktes 70 Jahre Landesverband Hessen des Bundes der Vertriebenen hier im Hessischen Landtag begrüßen zu können. Vor zwei Jahren haben wir das 75. Verfassungsjubiläum unseres Bundeslandes gefeiert und in diesem Jahr feiert nicht alleine nur der BDV, sondern beispielsweise auch das Büro für staatsbürgerliche Frauenarbeit in Hessen, den 70. Jahrestag seit seiner Gründung. Dass diese Jubiläen und Gründungsdaten alle in die ersten Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fallen, ist kein Zufall. Denn in jenen Jahren des Neubeginns wurde unser Land wieder aufgebaut. Und damit meine ich nicht nur die durch den Krieg und die Bomben zerstörten Häusern, Häuser und Straßenzüge, sondern natürlich auch die Institutionen, die bis heute unseren Staat und unsere Gesellschaft prägen und gestalten. Der BDV ist eine dieser Institutionen. Denn mit ihm erhielten jene Millionen von Menschen eine Stimme und, was noch viel wichtiger ist, eine neue Heimat. Alle die Menschen, die nämlich zuvor ihre Heimat verloren hatten. Die Vertreibung war eine der größten Katastrophen des letzten Jahrhunderts. Gassanz besonders natürlich für jene, die unmittel davon auch betroffen waren. Es ist wichtig, diesen Umstand heute auch so klar und deutlich zu benennen, aber es ist genauso wichtig, auch zu sagen und auch dabei nicht zu verleugnen, dass die Ursachen, die zu diesen folgenschweren Ereignissen geführt haben, in deutscher Verantwortung und in deutscher Schuld lagen. Wir können heute, über 75 Jahre später, unbelasteter und klarer diese Tatsachen benennen. Das liegt zum einen naturgemäß an der historischen Distanz, die zwischen uns, oftmals Nachgeborene und auch der damaligen Zeit liegt. Andererseits liegt es aber auch ganz wesentlich am geeinten Europa, in dem wir seit dem Fall des Eisernen Vorhangs leben. Die politischen Kontroversen und Konflikte, die sich an dieser Frage der ehemaligen deutschen Ostgebiete festmachen und über viele Jahrzehnte ja auch die Politik und die Gesellschaft beschäftigten, haben aus diesem Grund längst an Bedeutung verloren. Die nationalen Grenzen, und das ist ein großes Glück, innerhalb der Union sind keine Trennlinien mehr, sondern oftmals eher Brücken, die den Dialog und kulturellen Austausch ermöglichen. Das ist ein großes Glück für uns alle und ganz besonders natürlich auch für die Vertriebenen und Nachkommen, die ihre einstigten Heimaten wieder besuchen können. Die Rolle des BDV ist heute naturgemäß auch eine andere als vor 70 Jahren. In den Nachkriegsjahren betrauerten die Vertriebenen nicht nur ihre verlorene Heimat, sondern waren vor allem darum bemüht, im Westen Deutschlands eine neue Heimat für sich selbst aufzubauen. Und Hessen war dabei für sehr viele Vertriebene diese neue Heimat. Die Bedingungen, das muss man auch klar benennen, waren zu dieser Zeit sehr schwer. Das Thema Wohnungsnot hat viele besonders umgetrieben und war eines der vordringlichsten Probleme. Aber natürlich ist es ja auch für die Betroffenen sehr schwierig gewesen, sich in einer völlig neuen Umgebung wieder zurechtzufinden und auch eine neue Heimat zu finden. Integrationsprogramme, wie wir sie heute kennen, die das Einleben für Neubürgerinnen und Neubürger erleichtern, gab es damals nicht. Stattdessen erfüllte aber der BDV diese integrative Funktion, indem er jene zusammenführte, die ein gemeinsames Schicksal teilten. So wurde er ein Stück Heimat, indem er die Erinnerung an die alte Heimat in der neuen Heimat wachhielt. Es gibt ein berühmtes Zitat, dessen Urheber umstritten ist, aber das meiner Meinung nach ganz hervorragend das beschreibt, für was der BDV schon immer, aber gerade auch heute steht. Tradition ist nicht die Bewahrung der Asche, sondern das Weiterreichen des Feuers. Die kulturelle Identität und Tradition, die die Vertriebenen nach dem Verlust ihrer Heimat zu bewahren suchten, lebt vor allem dank des BDV heute auch weiter. Und noch mehr noch, es ist dem BDV gelungen, das Feuer, um in diesem Sprachbild zu bleiben, von Generation zu Generation weiterzugeben und sich dabei zugleich nicht abzuschotten, sondern zu öffnen und den kulturellen Austausch zu suchen. Der kulturelle Schatz, den der BDV und seine Mitglieder bewahren und pflegen, ist daher kein museales Gut, das man nur historisch besichtigen kann, sondern ein lebendiges Erbe. Und dieses Erbe nutzt der BDV heute auf wunderbare Weise im Sinne und im Dienste der Völkerverständigung, indem er durch seine Bildungsangebote, Dialogprogramme und Veranstaltungen den freundschaftlichen Austausch mit den Regionen und Kulturen Europas fördert. Der Rückblick auf 70 Jahre BDV in Hessen zeigt eine Erfolgsgeschichte. Ich möchte deshalb Ihnen, sehr geehrter Herr Ortmann, stellvertretend natürlich für alle Aktiven und Mitglieder Ihres Verbandes im Namen der auch heute hier zahlreich anwesenden Abgeordneten des Hessischen Landtags nicht nur zu diesem Jubiläum gratulieren, sondern Ihnen auch danken. Ohne den BDV wäre die Integration der Vertriebenen in Hessen in dieser Weise nicht möglich gewesen und ohne Ihren Verband wäre auch das kulturelle Leben in unserem schönen Land um vieles ärmer. Der BDV ist eine unverzichtbare Brücke zwischen der Gegenwart und der Geschichte zwischen den Regionen und Völkern Europas, zwischen den Generationen und das vor allem zwischen den Menschen. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Verband von Herzen, dass es Ihnen auch in Zukunft so überzeugend gelingt, das Feuer weiterzureichen, damit das Erbe der Vertriebenen zum Friede und zum Wohle Europas weiterlebt. Herzlichen Dank. Frau Präsidentin Wallmann, lieber Astrid, Landesvorsitzender Ortmann, lieber Siegbert, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, lieber Stefan, liebe Margarete Ziegler-Raschdorf, meine Herren Ministerpräsident ade, Landtagspräsident ade, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute für die Hessische Landesregierung dir, Siegbert, stellvertretend für den Bund der Vertriebenen zum 70. Geburtstag gratulieren kann. Und dass wir das heute hier im Hessischen Landtag machen können, dafür bin ich der Präsidentin sehr dankbar. Es kommt die Verbundenheit des Landes Hessen mit dem Bund der Vertriebenen in einer besonderen Form zum Ausdruck und dafür will ich mich sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin sehr herzlich bedanken. Meine Damen und Herren, die Begriffe Heimat und Identität sind keine abstrakten Vorstellungen, sondern es sind vielmehr Bestandteile des eigenen Selbst, der eigenen Biografie, des eigenen Denkens und Fühlens. Und wer seiner eigenen Heimat entrissen wird durch Krieg, durch Willkürherrschaft, dem wird ein Stück seiner Persönlichkeit geraubt. Millionenfach ist das nach dem Krieg geschehen und eine Million Heimatvertriebene, die nach Hessen gekommen sind, sind ein Zeugnis davon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen heute beim 70. Geburtstag des Bundes der Vertriebenen in diesem Kontext vor großen Herausforderungen. Wir wollen und wir müssen die Erinnerung hochhalten, aber diejenigen, die es selbst erlebt haben, die selbst darüber Zeugnis ableben können, werden weniger. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Bund der Vertriebenen haben, der sich, ja man muss schon sagen, modern angepasst an die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts darum kümmert, wie wir diese Erinnerungskultur für die Zukunft erhalten können. Beispiele wie das Präsentieren der Geschichte der Vertriebenen auf Facebook, Instagram, den Social Media insgesamt, Podcasts, YouTube. Das ist eine zeitgemäße Erinnerungs- und Kulturarbeit, aber ich sage das auch, das ist nicht selbstverständlich für den Verband des Bundes der Vertriebenen und deswegen will ich Ihnen besonders dazu gratulieren. Attraktiv, vielfältig, zukunftsweisend seine Arbeit zu leisten und das kann und soll uns am 70. Geburtstag auch in einer besonderen Form Mut machen. Wir leisten seitens der hessischen Landesregierung unseren Beitrag, unsere Unterstützung für die Heimatvertriebenen in unserem Lande. Natürlich, durch das Gedenken, durch Gelegenheiten, entsprechend die Erinnerungsarbeit sozusagen am Leben zu halten. Der landesweite Gedenktag, den es seit dem Jahr 2013, Herr Ministerpräsident AD, gibt für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation ist ein besonderes Beispiel dafür. Wir haben den Preis Flucht, Vertreibung und Eingliederung gestiftet, der in diesem Jahr zum siebten Mal vergeben wird, der ebenfalls einen wichtigen Beitrag dazu leisten soll, Öffentlichkeit zu erzeugen für das Schicksal der Heimatvertriebenen in unserem Land insgesamt, aber in Hessen natürlich insbesondere. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nicht nur ein Geburtstagskind haben, 70 Jahre alten Bund der Vertriebenen, sondern wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir in den letzten Jahren tüchtige Landesbeauftragte hatten der hessischen Landesregierung, die sich dieser Aufgabe der Unterstützung der Vertriebenenverbände, der Landsmannschaften besonders gewidmet hat und mit Margarete Ziegler-Raschdorf ist die amtierende Landesbeauftragte heute hier. Wir haben natürlich am Ende diese Erinnerungsarbeit, geht nur auch mit finanziellem Aufwand, mit finanziellen Mitteln. Auch hier leisten wir unseren Beitrag. Wir sind, ich bin im Moment beim Aufrunden, ich weiß nicht wer beim Hessentag war, also da waren 897 Anwärterinnen und Anwärter, das waren knapp 1.000, jetzt würde ich sagen knapp eine Million, also 900.000 Euro, die wir seitens der Hessischen Landesregierung für die vertriebenen Arbeit im Lande zur Verfügung stellen. Und davon einen wichtigen Teil, auch eben für die Organisation des BDV-Landesverbandes, damit er eben seine Arbeit so leisten kann, wie er das im Moment tut. Ich freue mich darüber, dass wir gleich einen weiteren Meilenstein präsentiert bekommen, der modernen, zukunftsweisenden Arbeit des BDV mit dem interaktiven Infoportal des BDV Hessen, Flucht und Vertreibung im globalen oder europäischen Kontext. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind sehr stolz darauf, dass es uns zuletzt gelungen ist, dass wir auch einen akademischen Schwerpunktbereich haben begründen können. Das war ein wichtiges Projekt, was uns gelungen ist, mit unter dem Titel historische Erinnerungen und kulturelles Erbe, Vertriebenen und Spätaussiedler in Hessen seit 1945 wird an der Justus-Liebig-Universität in Gießen sozusagen ein Herzenswunsch des Bundes der Vertriebenen auch erfüllt werden. Wir haben für diesen Forschungsbereich für die Jahre 2022 bis 2026 jeweils in jedem Jahr 300.000, also 1,5 Millionen Euro insgesamt zur Verfügung gestellt. Das ist ein wichtiges Zeichen und häufig genug, Stefan, ist es so, dass wir immer wieder sagen müssen, ja, also von den Bundesländern ansonsten ist Bayern immer noch mal so ein Kniff voraus. Ich klage da im Bereich der inneren Sicherheit immer drüber, dass wir da noch nicht so ganz hinkommen, wo ihr schon seid. Hier ist es uns mal gelungen, dass wir ein Schrittchen vorne weg waren und dass die Bayern sich an uns orientiert haben. Seit sieben Jahrzehnten gibt es diesen Schulterschluss zwischen dem Bund der Vertriebenen und der Landesregierung. Wir pflegen das insbesondere in den letzten Jahren, Siegbert, eine Partnerschaft, die miteinander, ein Füreinander, immer auf Augenhöhe miteinander sich um die Belange der Vertriebenen und der Verbände kümmert. Und insofern will ich sagen, der Bund der Vertriebenen in Hessen ist nicht nur wahrscheinlich einer der bestaufgestelltesten vertriebenen Verbände in Deutschland, sondern es ist auch wirklich eine starke Kraft, auf die wir uns jederzeit auch immer verlassen können und verlassen konnten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Menschlichkeit, Zusammenhalt, Verantwortung für die Zukunft sowie die Kraft der Versöhnung, zur Völkerverständigung und zum Dialog. Das sind die Werte, die den Bund der Vertriebenen ausmachen seit 70 Jahren. Am 70. Geburtstag, ich will nicht sagen, könnte man eher davon ausgehen, dass es Werte sind, die selbstverständlicher sind. Aber vor 70 Jahren waren der Wille und die Bereitschaft zur Versöhnung, zum Dialog etwas ganz Besonderes, worauf der Bund der Vertriebenen wirklich sehr, sehr stolz sein kann. Und man kann sagen, ihr seid so etwas wie Brückenbauer, eine gestaltende Kraft für Deutschland und Europa. Und zuletzt will ich sagen, ich bin auch persönlich sehr, sehr dankbar. Ich sage das in aller Offenheit, nicht nur hier am 70. Geburtstag, sondern ich sage das auch ansonsten, wenn ich beim Bund der Vertriebenen, ob in meinem Kreisverband oder wo auch immer, in den vergangenen Jahren unterwegs war. Ich bin sehr dankbar für das, was die Vertriebenen in unserem Land geleistet haben. Als sie nach dem Krieg hierhin vertrieben worden sind, nichts hatten und trotzdem, ich sage es mal bildlich, in die Hände gespuckt haben und mit einem ganz, ganz wichtigen Beitrag für das Wirtschaftswunder in Deutschland geleistet haben, obwohl sie Bedingungen hatten, die wirklich alles andere als gut waren, finde ich, ist das in einer besonderen Form bemerkenswert, anerkennenswert. Und ich will meine Wertschätzung für diese Lebensleistung der Vertriebenen, von der unsere Generation am meisten profitiert, in einer besonderen Form hier nochmal herausstellen und Danke sagen. Nicht ohne den Glückwunsch und nicht ohne, wie ihr das von mir gewohnt seid, auch eine kleine Förderung mitzubringen, lieber Siegbert. Für den Tag der Heimat im Bibericher Schloss am 17. September höre ich, bedarf es noch ein paar Mittel, die habe ich hier mit dabei. In diesem Sinne ein Geburtstagsgeschenk, aber gleichwohl nochmal die herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag. Danke, dass es euch gibt. Danke für die gute Zusammenarbeit. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Frau Wallmann, sehr geehrter Herr Landesvorsitzender, lieber Siegbert, sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Peter, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Hessischen Landtag, sehr geehrter Herr Ministerpräsident ade, lieber Volker, sehr geehrter Herr Landtagspräsident ade, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute. Ich darf mich zunächst einmal sehr herzlich bedanken für die sehr liebenswürdige Einladung zu diesem sehr stilvollen, zu diesem sehr ansprechenden Festakt. Und es ist mir persönlich eine ausgesprochene Freude und Ehre, namens des BDVs, namens des Präsidiums des BDVs, aber ganz persönlich die herzlichsten Glückwünsche zum 70-jährigen Jubiläum des Landesverbandes Hessen zu überbringen. Sie müssen leider heute mit mir Vorlieb nehmen als einer der Vizepräsidenten. Der Präsident, unser Präsident, Prof. Dr. Bernd Fabricius, lässt sich entschuldigen. Er hat einen sehr wichtigen Termin in Berlin, hat mir aber gestern eigens auch anlässlich des Festaktes zum Gedenktag für die deutschen Heimatvertriebenen noch einmal eigens mit auf den Weg gegeben, Ihnen wirklich die allerbesten Glückwünsche auch von ihm persönlich zu überbringen. Freut mich auch, dass die Landesbeauftragte, Frau Zittler-Raschdorf, heute mit unter uns ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann, lieber Peter, eines nur nachdrücklich unterstreichen. Der BDV-Landesverband Hessen ist ein hervorragend aufgestellter Landesverband und der BDV-Landesverband Hessen wäre nicht der Landesverband Hessen, wenn er heute nur zurückblicken würde auf die 70-jährige Geschichte. Und dieser rote Knopf lässt ja schon vermuten, dass hier auch später noch ein Ereignis stattfindet. Und lieber Siegbert, ich finde es sehr schön, dass ihr es euch immer zu eigen gemacht habt, nicht nur zurückzublicken, nicht nur die Erinnerung zu bewahren, sondern nach vorne zu schauen. Und es wird heute ja eine digitale Lernplattform, ein Lernformat, Vertreibung und Flucht im globalen Kontext eröffnet und vorgestellt. Aber schon seit vielen Jahren seid ihr, der Herr Staatsminister hat es erwähnt, auf Social Media unterwegs und präsent. Man sagt so im Neudeutschen jetzt Cross-Media. Also ihr bedient alle Kanäle, die man in der heutigen Zeit bedienen muss. Social Media, Podcasts, Video, Oral History. Also der BDV Landesverband Hessen ist nicht von gestern und nicht retrospektiv, sondern ganz im Gegenteil, er blickt nach vorne. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, lieber Siegbert, was dich auszeichnet. Ich darf mich natürlich bei allen ganz herzlich bedanken, die in den vergangenen sieben Jahrzehnten die Geschicke des Landesverbandes Hessen mitgeleitet und gelenkt haben. Viele kluge, viele weise Köpfe des Bundes der Vertriebenen sind aus Hessen entporgekommen. Und die Innovation und die Kreativität ist euch seit vielen Jahren und Jahrzehnten zu eigen. Nur bringen die besten und die klügsten Köpfe nichts, wenn nicht der Boden auch entsprechend bereitet ist. Man sagt ja, man spricht in der Landwirtschaft so gerne von der Bodenbeschaffenheit. Und ich glaube, man kann eines sagen, die Bodenbeschaffenheit für die Heimatvertriebenen, für den BDV hier in Hessen ist exzellent. Der Humus ist exzellent. Und Sie hören es an meinem Idiom. Und Peter Beuth hat ja auch schon darauf hingewiesen, ich komme aus dem Freistaat Bayern, aus dem benachbarten Freistaat Bayern. Ich würde mal sagen, ohne Bayern zu überhöhen, die Bedingungen für die vertriebenen Arbeit in Bayern sind auch sehr gut. Aber ich kann eines bestätigen, hier in Hessen sind die Bedingungen wirklich exzellent. Das liegt auch daran, dass die Zugewandtheit der hessischen Politik seit vielen Jahrzehnten traditionell gegenüber den Heimatvertriebenen sehr groß ist. Hessen war eines der ersten Länder, liebe Frau Ziegler-Raschdorf, das die Position des Landesbeauftragten eingeführt hat. Wir haben, wir haben das jetzt auch in dem Grußwort vernehmen dürfen, einen sehr zugewandten Staatsminister des Inneren für die Belange, für die Anliegen der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge. Und Hessen war in dem Fall, Peter, können wir glaube ich wirklich einheitlich gehen, Schritt in Schritt gemeinsam mit Bayern und dem Freistaat Sachsen, das erste Bundesland, das 2014 den Nationalen Gedenktag für die Vertriebenen, für die Opfer von Vertreibung, von Flucht und von Deportation eingerichtet haben. Und ich sage dies auch ganz offen, lieber Volker, das war in deiner Amtszeit, Ihr wart damals auch Impulsgeber, ich sage auch ganz offen, auch Schrittmacher, auch Anschieber für den Bund. Der Bund ist dann ein Jahr später gefolgt. 2015 hat der Bund den Nationalen Gedenktag eingeführt. Aber ich würde mal sagen, wenn die drei Länder, Hessen, Bayern und der Freistaat Sachsen nicht vorangegangen wären, dann hätte es, wäre es uns auch auf Bundesebene nicht gelungen, im Jahr 2015 den Nationalen Gedenktag einzuführen. Ihr habt im Hessischen Landtag einen eigenen Unterausschuss. Ich darf auch den Kollegen Hofmeister ganz herzlich willkommen heißen, der diesen Unterausschuss leitet. Ganz speziell ein Unterausschuss für die Belange der deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge. Und es gibt einen eigenen Landesbeirat für die Vertriebenen, der traditionell auch vom BDV-Landesvorsitzenden, in diesem Fall von dir, lieber Siegbert, geführt wird. Also man sieht, in vielerlei Hinsicht ist der BDV-Landesverband Hessen bestens vernetzt. Und sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, auch der Umstand, dass dieser herausragende Festakt in den Räumen des Hessischen Landtags stattfindet, in der Herzkammer des Parlamentarismus, in der Herzkammer der Demokratie hier in Hessen, zeigt auch, dass die Heimatvertriebenen wirklich im Fokus, im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Öffentlichkeit, auch insbesondere im politischen Geschehen hier im Land Hessen stehen. Wenn ich an Hessen und an die deutschen Heimatvertriebenen denke, fällt mir als Sudetendeutscher natürlich sofort das Wiesbadener Abkommen ein, das hier in Wiesbaden am 4. August 1950 unterzeichnet wurde. Es war das erste Abkommen, das nach Ende des schrecklichen Zweiten Weltkriegs geschlossen wurde zwischen den Vertretern eines Vertreiberstaates, damals der Tschechoslowakei, und den Vertriebenen. Damals ein Abkommen, das geschlossen wurde zwischen dem progressiven tschechischen Nationalausschuss, eine Exilregierung zur damaligen Regierung in der Tschechoslowakei, eine Kontraregierung zu Edward Benesch und der Arbeitsgemeinschaft für die Wahrung der Sudetendeutschen Interessen. Und dieses Wiesbadener Abkommen ist just, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am Tag vor der Unterzeichnung und der Proklamation der Charta der Heimatvertriebenen in Stuttgart unterzeichnet worden. Und wir als Heimatvertriebene bezeichnen ja so gerne die Charta der Heimatvertriebenen als das Grundgesetz der Vertriebenen. Der frühere Bundestagspräsident Prof. Dr. Lammert hat es mal als eines der Gründungsdokumente der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet. Und ich glaube, mit dieser Bewertung geht er auch nicht zu weit und zu hoch. Diese Charta der Heimatvertriebenen, die sehr vielgestaltig ist, weist ja sehr stark auch auf die Themen des Heimatverlustes und der Heimatlosigkeit hin. Aber ich glaube, man kann eines mit Fug und Recht behaupten. Im BDV-Landesverband Hessen haben sich nicht Heimatlose getroffen. Und ich finde, ein sehr schönes Zitat stammt von einem der Vorgänger, von dir, lieber Volker Bouffier, von Georg August Zinn, dem früheren hessischen Ministerpräsidenten, der 1961, finde ich, einen sehr treffenden, einen sehr kurzen, aber sehr treffenden Satz gesagt hat. Hesse ist, wer Hesse sein will. Und in diesem Satz steckt aus meiner Sicht sehr viel Tiefgang und sehr viel Tiefsinn. Weil dieser Satz eines bedeutet. Hessen war offen für jeden, der sich einbringen will, der sich öffnet, der Eigeninitiative an den Tag legt. Und lieber Peter, ich kann dir nur vollumfänglich Recht geben. Ich selbst habe sudetendeutsche Wurzeln und es war nicht so, in Bayern denke ich nicht anders als in Hessen, dass die deutschen Heimatvertriebenen, egal ob sie aus Schlesien oder aus dem Sudetenland oder aus Vorpommern kamen, überall nur mit offenen Armen empfangen wurden. Das Gegenteil war häufig der Fall. Es gab Ressentiments, es gab Widerstand, es gab teilweise auch ganz offene Ablehnung. Aber die deutschen Heimatvertriebenen, egal wo sie herkamen, haben die Ärmel aufgekrempelt, haben angepackt und haben mit, und du hast dies auch zu Recht erwähnt, zu dem Gelingen des sogenannten Wirtschaftswunders beigetragen. Ich habe in keiner Weise das Recht, für Hessen zu sprechen. Ich kann etwas für Bayern sprechen. Und daher kann ich sagen, Bayern hat diese Blutauffrischung durch die deutschen Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr gut getan. Bayern war damals, ja, Bayern war damals das Armenhaus Deutschlands. Es war das ärmste Bundesland. Es war ein reiner Agrarstaat, hatte keinerlei Industrie. Und es kamen eben aus dem Sudetenland, aus Schlesien, sehr viele Menschen, die zwar materiell mit fast nichts kamen, die aber mit sehr viel Know-how, mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Wissen kamen. Und ich möchte mal behaupten, dass Bayern jetzt neben Hessen eines der erfolgreichsten Bundesländer ist, liegt durchaus auch, das dürfen wir, glaube ich, auch mit Stolz sagen, an dem Einsatz und an dem Engagement der deutschen Heimatvertriebenen. Und das ist aus meiner Sicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ein Umstand, auf den alle in Deutschland heute stolz sein können. Weil die Intention von Stalin und Benesch war ja genau das Gegenteil, nämlich mit der Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten zum Implodieren der Westgesellschaft, der Gesellschaft in den westlichen Besatzungszonen beizutragen. Und dass dieses Implodieren, dass dieser Sprengsatz nicht gegriffen hat, nicht gezündet hat, sondern dass genau das Gegenteil eingetreten ist und entstanden ist, nämlich, dass es eine Verbindung gab zwischen den deutschen Heimatvertriebenen und der Einheimischen, der aufnehmenden Gesellschaft, ist, glaube ich, wirklich in der Retrospektive betrachtet eine der größten Erfolgsgeschichten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und zu diesem Erfolg hat hier im schönen Land Hessen in ganz besonderer Weise der BDV-Landesverband beigetragen. Ich darf dir nochmals, lieber Siegbert, ganz, ganz herzlich danken für euer Engagement. Ich möchte auch eines noch ausdrücklich betonen, ich darf euch auch ganz besonders für die sehr vielen verständigungspolitischen Maßnahmen danken, die ihr ergreift. Nicht nur, dass ihr im Bereich der sozialen Medien sehr stark engagiert seid, sondern ihr seid auch viel analog unterwegs, präsent in der früheren Heimat. Und ihr habt hier eine neue Heimat mit aufgebaut, euch mit erarbeitet. Und das ist, wie gesagt, etwas, worauf hier in Hessen, glaube ich, alle Bürgerinnen und Bürger ausgesprochen stolz sein dürfen. Ich wünsche dem BDV-Landesverband Hessen alles erdenklich Gute für die Zukunft. Ihnen allen persönlich Wohlergehen, Gottes Segen und Gesundheit und dem Land Hessen Glück auf. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrter Herr Ortmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, es ist immer das Schicksal des vierten Redners, es wird ein bisschen Redundanz unvermeidlich. Das kann ich Ihnen aber nicht ersparen, weil es auch mir ein wichtiges Anliegen ist, den Verband heute zu würdigen und vieles ist gesagt worden. Ich versuche noch ein paar Facetten zu finden, die vielleicht noch nicht angesprochen worden sind, aber spätestens, als Sie gerade über Meier gesagt haben, Hesse ist, wer Hesse sein will, habe ich zu Peter Beuth geflüstert, jetzt hat er auch den letzten Satz, der in meiner Rede exklusiv stand, verwandt. Das können Sie doch nicht machen. Nein, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich hier an alter Wirkungsstätte eingeladen zu sein. Hessische Landtag war 20 Jahre lang mein Dienstsitz und ich bin gerne wieder hergekommen und es ist mir vor allem eine große Freude, ein Grußwort im Namen der Landeshauptstadt Wiesbaden zum 70-jährigen Gründungsjubiläum des Landesverbandes Hessen e.V. des Bundesvertriebenen sprechen zu können. Ich möchte Ihnen meine herzesten Glückwünsche aussprechen und natürlich die Anerkennung für Ihre wichtige Arbeit zum Ausdruck bringen, denn sein Sitz hat der Verband bei uns hier in Wiesbaden und deswegen bin ich gerne gekommen, quasi als Vertreter der Sitzstadt im Haus der Heimat, ein Haus, in dem wirklich die unterschiedlichen Landmannschaften untergebracht sind und eine wichtige Institution in unserer Stadt. Das heutige Jubiläum markiert einen Meilenstein in der Geschichte des Verbandes und wirkt gleichzeitig ihr wichtiges Engagement für die Vertriebenen in Hessen. Der Bund der Vertriebenen hat seit seiner Gründung vor 70 Jahren eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung und Integration von Vertriebenen und Spätaussiedlern in Deutschland gespielt. Er hat dazu beigetragen, ihre Geschichte, ihre Kultur und Identität weiter zu bewahren und ihre Anliegen in der Öffentlichkeit zu vertreten und das merken wir heute noch selbst bei kleinen Volksfesten in unserer Stadt, wenn dann die Sudeten-Deutsche Tanzgruppe auftritt, dass versucht wird, dieses Erbe tatsächlich bis heute und in die Breite hinein weiterzutragen. Und ich glaube, unter diesem Motto steht ja auch die heutige Veranstaltung ein bisschen, es ist einfach unglaublich wichtig, wenn die Zahl der Angehörigen der Erlebensgeneration sinkt, die neue Wege zu finden, diese bleibende Aufgabe der Erinnerungskultur weiter zu pflegen. Denn es ist eine riesengroße, eine fast kaum so leistbare Aufgabe, künftige Generationen zu erreichen, die eben anders als wir, meine Generationen ebenfalls nicht mehr von mündlicher Überlieferung profitieren können, sondern die andere Wege finden müssen. Die neuen Medien sind ja heute schon mehrfach angesprochen worden. Landratspräsidenten, ich bin sehr dankbar, dass Sie auch nochmal auf die Ursache der Vertreibung eingegangen sind, denn die Geschichte der Vertriebenen ist untrennbar mit dem von Deutschland ausgehenden Schrecken des Zweiten Weltkriegs verbunden. Millionen von Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben, entwurzelt und mussten in fremden Regionen und Ländern ein neues Leben aufbauen. Sie litten an körperlichen und seelischen Wunden und waren heimatlos in einem zerstörten Land. Diese Erfahrung prägt bis heute die Lebensgeschichten und Identitäten der Vertriebenen und ihrer Nachkommen, aber sie war immer getragen von zwei Grundgedanken der Charta, Sie haben gerade darauf Bezug genommen, nämlich Verzicht auf Rache und Vergeltung und Schaffung eines geeinten Europas, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang zusammenleben können. Ich glaube, das ist uns auch heute noch Auftrag und Leitlinie. Die Stadt Wiesbaden ist stolz darauf, ein Zuhause für viele Vertrieben und ihre Familien zu sein und es ist uns wichtig, ihre Beiträge zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben unserer Stadt zu würdigen, was auch die unschätzbare Leistung beim Wiederaufbau des Landes einschließt. Und hier wäre jetzt das Zitat von Georg Austen gekommen, Hesse ist der Hesse sein will. Erinnerungskultur steht immer in Bezügen zur Gegenwart und das ist mir vielleicht noch wichtig, heute zu betonen. Das gilt auch für das heutige Jubiläum. Dem Ringen um Frieden, um Aussöhnung, um ein Leben ohne Furcht und Zwang, wie es in der Charta heißt, und gerade im Hinblick auf die aktuellen Konflikte und Kriege in der Welt besondere Bedeutung zu. Denn Vertreibung ist eben nicht nur Geschichte, Vertreibung ist auch Gegenwart. Etwa, wenn man an den russischen Überfall auf die Ukraine denkt, an die von Russland besetzten Gebiete und die dort stattfindenden faktischen ethnischen Säuberungen. Die Geschichte der Vertriebenen und der Geschichte der Vertriebenen zu gedenken, ist eben auch immer ein Appell an Humanität und an die Anerkennung fundamentaler Menschenrechte, gerade auch im Hinblick auf den heutigen Umgang mit Geflüchteten und Vertriebenen. Im Namen der Stadt Wiesbaden möchte ich dem Landesverband Hessen des Bundes der Vertrieben noch einmal herzlich zu diesem bedeutenden Jubiläum gratulieren. Ich danke Ihnen allen für Ihr anhaltendes Engagement und wünsche mir, dass Vertriebene auch in Hessen in Zukunft Dank ihre Arbeit für ihre Arbeit und bestmögliche Voraussetzungen vorfinden. Dazu kann ich nicht viel beitragen, aber immerhin mit einem kleinen Schack etwas. Vielen Dank. Meine Eltern waren Vertrieben aus dem Dädenland und mein Vater war in Kriegsgefangenschaft und meine beiden Eltern haben sich erst im Land Hessen wiedergerufen. Mein Vater durfte nicht mehr zurück und meine Mutter ist geflohen und war vor dem Bilder zu sehen von meiner Großmutter und meiner Mutter und meinen Brüdern. Die sind also über Sudetenland und über Bayern nach Langenstein und Marburg gekommen. Mein Vater kam aus der Gefangenschaft und dort haben sie sich zum ersten Mal wiedergetrautelt. Was ganz wichtig ist, dass einfach nicht der Blick zurück nach zurück, sondern auch die aktuelle Politik, Flüchtlingspolitik und Reitekrieg nicht verloren geht. Also nicht den Blick zurück nach vorn, sondern Blick zurück nach vorn. Das wäre das Wichtige, dass die BDV das auch in Zukunft macht. Aufarbeitung in der Vergangenheit wichtig, NS-Vergangenheit ist ja ganz klar und wurde auch schon angesprochen. Man kann das Beschluchte nicht verstehen ohne diesen Angriffskrieg, Hitler gemacht hat. Und deswegen dieser Blick nach vorn vor allem für die Jürgen Ration. Das wäre mein Wunsch an die BDV, dass es im Mittelpunkt steht. Mein persönlicher Kontakt zum BDV ist einfach die Themen überschneiden. Ich komme selber aus der Ukraine und ich finde diese Thematiken einfach heute aktueller denn je und ich bin selber Filmemacherin und möchte da ein Projekt mit dem BDV machen und dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Meine persönliche Verbindung mit dem BDV ist einfach die Arbeit des BDV. Die Vielfältigkeit, was für die Vertretenden getan wird und vor allen Dingen heute habe ich mir klar geworden für die Zukunft. Das ist ganz ganz wichtig denn meine Generation sie ist am weg gehen aber wir haben Kinder und den Kindern das weiter zu geben das ist für mich wichtig und vor allem diese Freiheit ich immer wieder spüre dass ich reden kann was ich möchte dass ich da sein kann was ich möchte diese Freiheit schätze die der BDV pflegt schätze ich sehr also das Thema Verteibung finde ich tatsächlich gesamteuropäisch geworden und ich finde das ganz toll dass BDV das auch so sieht und aufgreift und auch sich mit diesem Thema beschäftigt weil die Verteibung hat nicht nur die lokale oder geografische Komponente sondern auch eine psychische menschliche auch eigentlich internationale und diese Aspekte werden uns immer wieder beschäftigen weil diese Vertreibung als gesamteuropäische Geschichte und auch immer wieder Erscheinung leider insofern bedeutet dass man sich damit längerfristig beschäftigen sollte das finde ich auch Ich wünsche dem BDV weiterhin viel Schaffenskraft viel Erfolg und natürlich auch weiterhin eine Unterstützung seitens der hessischen Landesregierung verehrte Frau Landtags Präsidentin Astrid Wallmann lieber Peter lieber Stefan Herr Oberbürgermeister Mendel und natürlich lieber Volker als alter Weggefährte und Kämpfer für unsere Sache haben Sie meine Damen und Herren ich begrüße Sie natürlich alle auch recht herzlich und haben Sie Dank dafür dass Sie heute so zahlreich hierher in diese würdige Städte gekommen sind zum 70. Geburtstag unseres Verbandes Dieser Veranstaltungsort wurde von Landtagspräsidentin Astrid Wallmann bereitwillig zur Verfügung gestellt und ich nehme dieser großen Geste eine besondere Wertschätzung unserer Arbeit durch den hessischen Landtag dafür vielen Dank Frau Präsidentin auch für Ihre herzliche Begrüßung zu Beginn dieser Veranstaltung wir werden gerne die seit Jahren geübte Praxis und intensive Kontaktpflege zu den politischen Parteien im hessischen Landtag auch immer fortsetzen und den regelmäßigen Gedankenaustausch in beiderseitigen Interesse betreiben ja ich will jetzt in der gebotenen Kürze nach diesem sehr beeindrucksvollen und ausführlichen Grußworten trotzdem versuchen einen Situationsbericht über den Jubiläumsverein zu geben und verweise vorab auf das was Sie noch nicht kennen auf die vorliegende umfangreiche Festschrift von dem Sie nachher jeder ein Exemplar bekommen 70 Seiten stark 70. Geburtstag 70 Seiten starke Festschrift und nun zum Geburtstagskind Am 10. Juni Juno 1953 fand in der Aula der Philips Universität zu Marburg an der Lahn der Gründungsakt statt Daraus ging der Bund der Vertriebenen Deutschen Vereinigte Landesgruppen der Landsmannschaften und Kreisverbände Landesverband Hessen e.V. als einheitliche Vertriebenen Organisation in Hessen hervor So war nach jahrelangen Konzentrationen unter den konkurrierenden und zersplitternden Vertriebenen Verbänden es wurde vorhin schon darauf hingewiesen nach dem Zweiten Weltkrieg letztendlich ein schlagkräftiges und durchorganisiertes Interessenorgan geschaffen worden das auch politisch Gehör fand Dafür standen gewissermaßen als Grundpfeiler die sogenannten Marburger Beschlüsse mit folgenden Eckpunkten die damals zementiert wurden Es wird in Hessen bei den Vertriebenen eine Doppelmitgliedschaft eingeführt Wer Mitglied im Bund der Vertriebenen ist ist zugleich Mitglied in seiner Landsmannschaft und wer Mitglied umgekehrt ist zugleich Mitglied im jeweiligen Kreisverband des Bundes der Vertriebenen Der zweite Eckpfeiler Es gibt nur einen einheitlichen Mitgliedsbeitrag Das war eine gar nicht so einfache Sache denn die unterschiedlichen Mitgliedsbeiträge mussten unter einen Hut gebracht werden und noch in der heutigen Zeit vor einigen Jahren haben wir besonders bei einer Landsmannschaft besondere Schwierigkeiten die einfach sich an dieses System nicht gewöhnen konnte und schließlich drittens die paritätische Besetzung der Führungsgremien also bei uns im BDV Hessen gibt es Landsmannschaften Landesgruppen und Kreisverbände BDV und diese beiden Seiten das sind unsere eigentlichen Mitglieder nicht die vielen Pausen die dann bei den Kreisverbänden noch registriert sind sondern diese Mitglieder die bilden unseren Verband und der Vorsitzende ist gewissermaßen steht dazwischen hat als neutrale Person diesen BDV zu führen nach der satzungsgemäßen Umsetzung der Beschlüsse der Marburger Beschlüsse war das Ende der zersplitterten Vertriebenen Bewegungen eingeläutet denn nun waren alle Gruppierungen unter einem Dach konnten aber sich selbst als Landsmannschaften und als BDV Kreisverbände Kraft ihrer eigenen Autonomie frei entfalten frei entfalten das war also ganz ganz wichtig es war zwar eine Zusammenlegung aber trotzdem waren die beiden Seiten frei diese Verbandsstruktur übrigens einmalig in der Bundesrepublik Deutschland hat sich von damals bis heute zu einem robusten Magnet in der Zusammenarbeit der Mitgliedsverbände also der Landesgruppen der Landsmannschaften und der BDV Kreisverbände kontinuierlich entwickelt diese Kontinuität spiegelt sich übrigens auch in der geringen Zahl der seit Gründung amtierenden Landesvorsitzenden nieder denn gerade mal vier Persönlichkeiten standen in den zurückliegenden 70 Jahren an der Spitze des BDV Landesverbandes Hessen Nämlich Josef Walter von 1953 bis 1966 Rudolf Wollner von 1967 bis 2000 Alfred Herold von 2000 bis 2012 und meine Person nunmehr seit 2012 Im Jahre 1959 gründeten zudem engagierte Frauen den Frauenverband im Bund der Vertriebenen der bis heute die Interessen aller vertriebenen Frauen sowie Spätaussiedler vertritt und das heimatliche Kulturgut bewahrt Mit den Jahren und das wurde auch schon hier gesagt bei den Krugsvorden kam es auch bei uns BDV leider zu einem Schrumpfungsprozess bei der Anzahl der Mitgliedsverbände im BDV Hessen sei denn durch Wegfall der Erlebnisgeneration oder aber sonstigen Gründen zur Einstellung der Verbandstätigkeit vor Ort deshalb stellen wir aktuell im Landesvorstand Überlegungen an oder zu Hilfe nahmen eines renommierten Vereinsanwalts dieser negativen Entwicklung mit vielleicht geeigneten Satzungsänderungen entgegenzuwirken Erfolg ist noch offen derzeit arbeiten wir übrigens noch mit 19 BDV Kreisverbänden und neuen Landesgruppen der Landsmannschaften in Hessen zusammen wir sind uns heute sicher und das sage ich ganz klar hier an dieser Stelle wir sind uns bis heute sicher dass die sogenannten Marburger Beschlüsse eine wesentliche Voraussetzung für unsere Erfolgsgeschichte waren und heute nach 70 Jahren immer noch sind dies rechtfertigt übrigens den damaligen Weitblick der Frauen und Männer der ersten Stunde mit Verständnis und Dankbarkeit zu gedenken fast gleichzeitig und zugleich mit der Neugestaltung der BDV Organisationsstruktur wurde in Wiesbaden darauf hat der Oberbürgermeister auch schon verwiesen nach längerer Bauzeit das Haus der Heimat in Eigenregie eröffnet das dann aber 1964 vom Land Hessen vollständig übernommen wurde dabei dabei wurde sichergestellt dass die Zweckbestimmung des Hauses gewahrt bliebe nämlich als Heimstätte für die Vertriebenen und eine Stätte der Begegnung zwischen Vertriebenen und Einheimischen zu sein schnell entwickelte sich diese Einrichtung in zentraler Lage der Landeshauptstadt Wiesbaden zum eigentlichen Zentrum für die Förderung der kulturellen Identität und der gesellschaftlichen Zusammenhalt der Vertriebenen Organisation in Hessen die Geschäftsstelle der Landesgeschäftsstelle des BDV Hessen und das Deutsch-Europäische Bildungswerk in Hessen haben ebenso ihren Sitz im Haus der Heimat wie einige Landsmannschaften vertriebene Organisationen und natürlich auch die Migrationsberatungsstelle auch dazu ein Satz der wirklich auch wichtig ist das wurde ja auch immer von Herrn ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier erwähnt dass wir als BDV Beratung der Flüchtlinge nicht nur der Flüchtlinge und Heimatvertriebene und Spätaussiedler von einst sondern auch für die Flüchtlinge von jetzt in aktueller Situation übernommen haben und ich kann aus dem letzten Geschäftsbericht nur erwähnen dass wir im letzten Jahr durch unsere beiden Mitarbeiterinnen das sind zwei wirklich engagierte Beratungspersönlichkeiten sind immerhin aus der Ukraine 24% und aus Syrien und Afghanistan 16% der Suchenden haben sich an uns gewandt und das ist doch wirklich eine Geschichte die Bände spricht und gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist in dieser in diesem Haus der Heimat ist jetzt auch neuerdings eine Geschäftsstelle der Landsmannschaften in Betrieb genommen worden auch das ist eine Neuerung und führt vielleicht dazu dass auch die Aktivitäten unter den Landsmannschaften hier nochmal gebündelt werden als Ort der kulturellen Vielfalt und der Kommunikation steht das Haus der Heimat mit geeigneten Versammlungsräumen und Konferenzzimmern allen Bürgern und demokratisch gesinnten Organisationen für Veranstaltungen zur Verfügung und in den vorhandenen Ausstellungsräumen werden vom BDV regelmäßig in Kooperation mit nationalen und internationalen Kultur- und Bildungseinrichtungen Sonderausstellungen organisiert mit dem Ziel einer breiten Öffentlichkeit Wissenswertes aus den Gemeinsamen aus der Gemeinsamen Geschichte und Kultur im östlichen Europa zu vermitteln Schließlich ist im Haus der Heimat noch und da sind wir alle besonders stolz darauf die umfangreiche Spezialbibliothek des BDV-Landesverband Hessen mit immerhin 10.000 Medieneinheiten und digitalisierten Buchbestand zur gezielten Benutzung durch die Allgemeinheit untergebracht meine Damen und Herren nach vorhandenem Archiv Material und alten Tätigkeitsberichten und Veröffentlichungen kann man meines Erachtens das Verbandsleben des BDV Hessen und seiner Organisation seit Gründung kurz und verständlich mit dem Dreiklang bewahren erinnern versöhnen umschreiben und damit gleichzeitig einen geeigneten Orientierungsrahmen für künftiges Verbandshandeln aufzeigen Bewahren steht insofern für eine umfassende Sicherung des mannigfaltigen Kulturgutes der Vertriebenen und Spätaussiedler in Form von traditionellem Brauchtum wie zum Beispiel Tag der Heimat oder Hessentag alle diese Veranstaltungen und den landesweiten musealen Einrichtungen beispielsweise den vielen Heimatstuben und auch der Ausstellungsstätte in Neuansbach im Hessenpark aber auch vor allem für die Pflege und Weiterentwicklung des deutschen Kulturguts der deutschen Sprache im östlichen Europa also den ehemaligen deutschen Siedlungsgebiet auch dafür steht Bewahren mit ihrer jahrhundertealten Kultur und Tradition haben die Vertriebenen und Spätaussiedler einen Teil ihrer alten Heimat in ihre neue Heimat mit hierher gebracht das war und ist ein nachhaltiger Gewinn und deshalb steht der BDV Hessen aber auch die gesamte Zivilgesellschaft in der Verantwortung dieses reiche kulturelle Erbe dauerhaft für die Nachwelt zu sichern und zu bewahren um dies aus dem Ausland zu erreichen für der BDV Hessen seit Jahrzehnten Bildungs- und verständigungspolitische Seminarfahrten sehr erfolgreich in die ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete durch an den einzelnen Zielorten mit ihren vielfach unschätzbaren Kulturdenkmälern kommt es dabei immer wieder zu eindrucksvollen menschlichen Begegnungen mit der dort heute noch lebenden deutschen Minderheit und deshalb werden wir auch künftig als anerkannte Brückenbauer mit großem Engagement der Intensivierung des verständigungsorientierten Dialogs über die gemeinsame Vergangenheit und Zukunft mit den osteuropäischen Nachbarn im Rahmen der staatlich geförderten Seminarreisen gerne nachkommen meine Damen und Herren der weitere Begriff erinnern steht für den Erhalt einer Erinnerungskultur mit dem klaren Bekenntnis zur uneingeschränkten geschichtlichen Wahrheit über die europäischen Vertreibungstragödien nach dem Zweiten Weltkrieg und der damit in Kontext stehenden eklatanten Menschenrechtsverletzungen auf allen Seiten erfreulicherweise hat sich zu früher die Erinnerungskultur erkennbar gewandelt und bezieht sich heute nicht mehr nur auf die eigenen Taten und Erfolge vielmehr wird jetzt heute auch in die Erinnerung an die eigenen Leiden und Opfer der anderen Seite mit all ihrem menschlichen Leid und verbunden mit Schuld und Scham eingebunden Seit Jahren war es ein besonderes Anliegen des BDV Hessen die Geschehnisse über Flucht und Vertreibung im historischen Kontext wissenschaftlich zu erforschen und für die Nachwelt zu dokumentieren Nach unseren Vorstellungen sollte dieser Themenbereich unbedingt an einer hessischen Universität angesiedelt werden Diese Idee wurde jetzt Wirklichkeit und die Justus Liebe Universität Gießen in Verbindung mit dem Herder Institut in Marburg arbeitet inzwischen die Kultur und die Geschichte der Vertriebenen und Spätaussiedler wissenschaftlich auf Das ist gut Meine Damen und Herren und schließlich bleibt auch der Begriff versöhnen Dadurch wird bekanntlich erst die Voraussetzung für ein friedliches Leben unter Menschen geschaffen Ich sehe hierhin eine Vision also einen Zukunftstraum unter den Nationalitäten Der brutale Angriffskrieg der Russen gegenüber der Ukraine ist ein belegtes Beispiel dafür Denn er macht eine heimatpolitische Verbandsarbeit der Landsmannschaft der Deutschen im Russland die bei uns ja Mitglied ist derzeit unmöglich Versöhnung und Frieden ist ein immerwährender Prozess und nie Ergebnis Die deutschen Heimatvertriebenen und das wurde darauf hingewiesen haben bereits in der Charta 1950 den Anfang zu einem Geist der Versöhnung gemacht Aber bis heute ist Ungarn Ungarn das einzige europäische Land das mittels Parlamentsbeschluss die Vertreibung der Deutschen der Ungarn Deutschen aus ihrer Heimat verurteilt hat Ich hatte persönlich die Ehre bei diesem Parlamentsbeschluss in Budapest persönlich anwesend zu sein mit meinem damaligen Kollegen Georg Stolle und es war schon sehr beeindruckend dort die ungarischen Politiker zu diesem Thema zu hören und diese Entschuldigung da entgegen zu nehmen Weil Versöhnung aber bekanntlich viel Zeit braucht und sie ohne Überwindung der schmerzlichen Erinnerung an Vergangenes aussichtslos ist muss sie ständig versucht werden und das ist eine weiterhin große Herausforderung für den BDV Hessen Meine Damen und Herren die Umsetzung aller dieser verbandspolitischen Vorhaben kostet natürlich auch Geld sehr viel Geld und deshalb bin ich der hessischen Landesregierung und der sie tragenden Parteien überaus dankbar dass das Land Hessen die institutionelle Förderung des BDV Hessen zur Verwirklichung ihrer Verbandsziele im Laufe der Zeit erheblich erheblich aufgestockt hat Für mich als Landesvorsitzender bedeutet dies dass sich mit einer solch großzügigen Landesunterstützung der Weg in eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft des BDV Hessen als eine weiterhin lebendige vertriebene Organisation mit klaren Alleinstellungsmerkmal sehr spannend und erfolgreich gestalten lässt Ich freue mich weiterhin auf diese Arbeit Vielen Dank Meine Damen und Herren der Ihnen soeben vorgestellte Orientierungsrahmen den ich vor Jahren mir so mal entwickelt habe deckt natürlich nicht alle Aktivitäten des BDV Landesverbandes ab über die Jahre kamen noch spezielle Aufgabenfelder hinzu die unsere Beteiligung erforderlich machten Ich erinnere beispielsweise die Mitwirkung auch das wurde schon gesagt im Hessischen Landesbeirat für Vertriebene Flüchtige und Spätausrichtler Fragen die Mitgliedschaft im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks auch eine sehr wichtige Sache denn auch dort sitzen wir mit einem Mitglied im Rundfunkrat und können unmittelbar Einwirkung auf irgendwelche Besonderheiten bei dieser Rundfunkanstalt machen dann weiter die periodische Herausgabe der Verbandszeitschrift Deutsche Umschau der ein oder andere von Ihnen also von den Mitgliedern gehe ich davon aus dass sie alle sie beziehen und die anderen bekommen sie auch irgendwie wir freuen uns immer wieder es kommt nur viermal im Jahr wenn die nächste Ausgabe wieder kommt dann weiter neu hinzu kam die Beteiligung im sogenannten Asylkonvent da war damals 2015 nach dieser großen Flüchtlingswelle unser Ministerpräsident damaliger Ministerpräsident Volker Bouffier verantwortlich dafür dass das überhaupt entstanden ist in Hessen und wir als Verband als BDV gleich Mitglied in diesem Asylkonvent waren vielen Dank nochmals lieber Volker für die damals von dir getroffene Entscheidung und ich glaube wir haben uns ganz gut eingebracht in dieser Runde es geht dann vielleicht weiter noch die Situation die die wir erlebt haben die Kontaktpflege eben mit den politischen Parteien die Frau Landtagspräsidentin hat ja die Damen und Herren des Landtags die heute hier und Gäste sind vielen herzlichen Dank schon begrüßt wir freuen uns immer wieder zu diesen Jahresgesprächen zu diesen ausführlichen Gedankenaustausch mit den politischen Parteien um eben am Ball zu bleiben um mitten in der Gesellschaft zu sein mit unserem Verband und nicht irgendwie außen vor oder ewig gestrig sondern mittendrin sind in der Politik in der Landespolitik das ist ganz ganz wichtig auch spielen natürlich die seit einiger Zeit und das wurde ja auch schon gesagt so sehr von uns gepflegten digitalen sozialen Medien mit vertriebenen spezifischen Dokumentationen und Filmbeiträgen auf Facebook Instagram YouTube dem eigenen Kanal Culture to go so wie Spotify bei unserer Verbandsarbeit eine immer größere Rolle aber wir wollen damit natürlich und es hilft uns dabei unser Jugendreferat im BDV die jungen Leute die bei uns aktiv schon mitmachen die helfen uns dabei nachher dass wir unsere Arbeit der modernen Zeit anpassen und letztlich damit Zukunftssicherung betreiben mit dem ausdrücklichen Dank an Sie alle und vor allem an alle hauptunternehmend und ehrenamtlichen Mitarbeitern unseres Verbandes unseres Jubiläumsverbandes für die bisher erbrachten Leistungen und den Mitgliedern und Freunden für ihre jahrelange Treue zum Bund der Vertriebenen ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit vielen herzlichen Dank so ich freue mich hier zu stehen und Sie jede Einzelne zu begrüßen es ist mir eine ganz besondere Ehre auch hier im Landtag zu stehen liebe Frau Landtagspräsidentin liebe Astrid ganz ganz lieben Dank nochmal das kann man gar nicht oft genug betonen und Sie glauben gar nicht wenn man hier vorne steht was das für ein tolles Bild ist und ich kenne ganz viele von Ihnen ich freue mich dass Sie da sind Lieber Oberbürgermeister unserer wunderschönen Landeshauptstadt Wiesbaden herzlich willkommen Peter Beuth ich freue mich natürlich Sie tun so so viel für uns und Herr Mayer ich lerne Sie gerade kennen aber wunderbar aber bin ich überhaupt nicht auslassen kann ist den ehemaligen Ministerpräsidenten lieber Volker Bouffier ich freue mich sehr dass Sie du heute gekommen bist jetzt Staatssacher natürlich herzlich willkommen ich habe mich ich habe mich nicht besonders ans Protokoll gehalten aber so als letzte Rednerin darf ich mir das glaube ich jetzt herausnehmen ich habe nämlich ganz was tolles mit Ihnen vor ich habe die Einführung vor in etwas ja wir sind Crossmedia da sind wir wahnsinnig stolz drauf und dass wir jetzt ein Digitalportal heute vorstellen können und dass ich das machen darf ist etwas ganz Besonderes dieses Digitalportal hat eine Projektlaufzeit von immerhin gut einem Jahr von August 2021 bis Dezember 2022 und jetzt hören Sie sehr gut zu wir haben ein Projektvolumen von 123.000 Euro und das ist schon was ganz Besonderes das Digitalportal Flucht und Vertreibung im europäischen Kontext berichtet von den ursprünglichen nationalsozialistischen Ideologien im 19. Jahrhundert von den frühen Vertreibungen ganzer Volkstruppen von Schicksal der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem östlichen Europa und von ihrer besonderen Rolle die ihre Erfahrungen und Lebensleistungen auch und vor allen Dingen für das heutige Essen gegeben haben das Portal bettet das Flucht- und Vertreibungsgeschehen in einen größeren historischen Kontext ein und behandelt die Frage wie sogenannte ethnische Säuberungen im früheren Jugoslawien Ruanda und der Ukraine verhindert werden können der Hintergrund war das will ich auch ein bisschen stolz sagen dass wir 2018 tatsächlich Herr Ortmann Sie erinnern sich in der Geschäftsstelle begonnen haben über digitale Möglichkeiten des BDVs zu sprechen und dann gab es als Resultat der kleinen Anfrage der SPD Landtagsfraktion vom 24.06.2019 dass wir Unterrichtspraxis und die Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht und Vertreibung an hessischen Schulen befördern und es war auch so ein bisschen eine Idee geboren den hessischen Schulen moderne und zukunftsgerichtete Unterrichtsmaterialien zu diesem Themenkomplex zur Verfügung zu stellen Die Verankerung des Themas Flucht und Vertreibung im hessischen Kerncurricula für die Sekundarstufe 1 Sie verzeihen mir ich bin eine ehemalige Lehrerin gibt es seit dem Schuljahr 11-12 und in der Sekundarstufe 2 seit dem Schuljahr 16-17 und zwar für das Fach Geschichte darüber hinaus werden Themen Migration und Migrations- und Flüchtlingspolitik im Unterricht des Faches Politik und Wirtschaft thematisiert und ich möchte gerne Ihnen ein Zitat vermitteln vom hessischen Kultusminister Professor Dr. Alexander Lorz das Thema soll künftig in hessischen Schulen einen größeren Stellenwert erhalten danke dass Sie applaudiert haben denn das ist unser wirkliches Anliegen dass wir da ein bisschen etwas tun es gab bisher wenig Unterrichtsmaterialien wir haben in der Landeszentrale für politische Bildung nachgeschaut es gibt natürlich Arbeitsblätter oder Lehrwerke aber das ist alles in Form von Bücher und wir wissen alle Bücher werden nicht immer heute gelesen und sind vielleicht auch nicht so interaktiv also es fehlte an einem geeigneten webbasierten Angebot was vollumfänglich über die Flucht und Vertreibung nach 1945 bis 1950 informiert die Themen sollen in der gesamten Komplexität jedoch leicht zugänglich dargestellt werden das ist ganz wichtig ja dass man auch das aufnehmen will und dass man sich damit auseinandersetzt und was für mich natürlich auch ganz wichtig ist Interaktivität dass ich was tun kann dass ich lernen kann dass ich mich mit diesen Themen beschäftigen kann und was auch uns immer sehr persönlich wichtig ist lieber Herr Ortmann das ist dass wir eben auch in die Zukunft schauen und dass wir den aktuellen Zeitgeist mitnehmen und so haben wir einen Kooperationspartner gewonnen der digitalen Lernwelten GmbH ich hoffe ich habe es richtig gesagt der Kontakt zu diesen digitalen Lernwelten entstand über Frau Ziegler-Raschdorf und durch die Arbeit an dem Infoportal Russlands Deutsche ist das richtig Margarete in Hessen ist im Auftrag der Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen dann Kontakt geknüpft worden und wir sind sehr froh dass wir sie gefunden haben wir hatten eine Arbeitsgrundlage das war die Grundlage der Publikation des hessischen Kultusministeriums Umsiedlung Flucht und Vertreibung der Deutschen als internationales Problem zur Geschichte eines Irrwürgers unser Schwerpunkt sollte auf Fluchtvertreibung und Umsiedlung der Deutschen als Folge des Zweiten Weltkrieges liegen und es sollen Parallelen zu den fortwährend stattfindenden Fluchtbewegungen und Vertreibungswellen in den neuesten europäischen Ländern gezogen werden und das ist uns ganz ganz wichtig denn tatsächlich haben ja die Vertriebenen eine riesen Erfahrung auch die nachfahren und wir sehen das immer daran dass ich entnehme das den Medien und der Presse dass Vertriebenen im ganzen Land Herr Mayer ich weiß nicht ob sie es bestätigen können ihre Erfahrungen auch bei heutigen Flüchtlingen besonders empathisch einbringen und zur Seite stehen können das heißt also Erfahrungen auch der Nachfahren ist unheimlich spät heute mit diesem Thema Flucht und Vertreibungen im europäischen Kontext umzugehen wir haben mit Lernwelten im E-Learning Bereich ganz neue Perspektiven eröffnet auf die Vermittlung der Inhalte haben wir besonderen Wert natürlich gelegt und in vielen virtuellen Sitzungen kristallisierte sich heraus dass hier ein multimediales Werk in der Entstehung ist das ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland aufweisen wird das Digitalportal besteht aus umgerechnet und jetzt hören Sie mir bitte genau zu weil es mir selber das imponiert mir einfach aus mehr als fast 400 Seiten Text mehr als 1000 Bildern die sowas natürlich sehr veranschaulichen etwa 800 Videos und fast 150 interaktiven Elementen also dass Schüler oder jeder der sich damit beschäftigt Möglichkeiten hat sich mit der Thematik auseinander zu setzen so und jetzt kommt das allerbeste das Angebot ist kostenfrei das heißt also alle Schulen können das annehmen wir werden das auch dem Kultusminister natürlich vorstellen und es kann jeder auch jeder Bürger jeder Interessierte darauf Zugriff haben ich habe eine Danksagung auszusprechen besonders an die digitalen Lernwelten ich danke dem Team und die Zusammenarbeit war wunderbar professionell konstruktiv und so wie man sich das wünscht so liebe Margarete ich habe dich nicht vergessen komm bitte zu mir auf die Bühne Danksagung an die hessische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler und ihr Team Yvonne Krämer Kathleen Kerhil Frau Annette Stoll sie haben maßgeblich zum Digitalportal beigetragen mit Herzblut und was ich immer das Allerwichtigste finde mit Leidenschaft und deswegen gilt dir auch ein besonderer Dank danke Peter Beuth wir haben den Minister nicht vergessen wir haben Geschenke kommen Sie ich habe die übernommen wir danken Ihnen sehr herzlich nur mit so einem Minister ist vieles gegangen herzlichen Dank sagen Sie nicht ja ja das ist ja wir sind sehr glücklich so wir haben die Feststrift drin und das was ich auch so gerne esse Ananas Törtchen aus Wiesbaden so lieber Herr Mayer wir haben natürlich für Bayern auch ein Geschenk damit Sie Wiesbaden nicht vergessen haben wir bitte Nein das können Sie auch nicht vergessen die schönste Stadt der Welt so wir haben auch Ananas Törtchen Festschrift und noch ein wunderbares Buch Wer bin ich das empfehle ich Ihnen sehr sehr gerne wir geben immer alles so und mein Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden ich danke Ihnen sehr für die Unterstützung ist gar kein Ananas Törtchen soll ich Ihnen was sagen er kriegt Königsberger Marzipan darf ich Ihnen eine nette Geschichte erzählen lieber Herr Oberbürgermeister Sie werden alle sehr erfreut Deutschland vor allen Dingen Herr Schittat der Ostpreuser auch viele andere wir ich bin natürlich die Nachkriegsgeneration aber wir backen heute noch Königsberger Marzipan wir sind eine große Familie von 30 Leuten und immer wird kurz vor Weihnachten Königsberger Marzipan gebacken das ist eine wunderbare Tradition und selbst unsere Kinder und Enkelkinder sind dabei meine Mutter mit 96 halb Jahren auch noch also wir sind eine Riesenfamilie und das ist natürlich etwas ganz Besonderes deswegen genießen Sie es denken Sie an unser Marzipan backen Vertreterin und um Ihnen einige erste Einblicke in Entstehung Inhalte Funktionsweisen und Nutzungsmöglichkeiten dieses Digitalportals zu geben Mein Name ist Markus Fenske und ich bin Geschäftsführer der digitalen Lernwelt GmbH aus Eichstätt die das Portal in den letzten anderthalb Jahren wie bereits erwähnt konzipiert und produziert hat und wenn Sie jetzt fragen was ist das eigentlich dieses Digitalportal so möchte ich Ihnen zu Umfang und Inhalt gern Auskunft geben wir haben ja eben schon so einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen was Sie vor sich sehen ist ein digital multimediales Inhaltssystem das nicht weniger als 39 Kapitel hat die Flucht und Vertreibung einbetten in die langfristigen Ursachen aus Nationalismus ideologischer Verirrung und Diktatur und zugleich danach schauen wie der Neuanfang nach dem Krieg hier in Hessen begann und was die Arbeit des BDV und der Landsmannschaften bis heute ausmacht wir integrieren alle bekannten Mediengenres und verbinden sie mit Funktionen die es ermöglichen Inhalte zu analysieren also genauer in die Themen einzudringen das Ergebnis ist ein digitales und multimediales Standardwerk das wirklich jedermann nutzen kann das dem Geschichtsunterricht in den höheren Klassen der Sekundarstufe 1 und 2 zur Verfügung steht und das in all den Bildungs- und Informationsformaten des BDV der Vereine und Landsmannschaften von Trägern der historisch-politischen Bildung sowie nicht zuletzt auch an den Universitäten genutzt werden kann erinnert sei an dieser Stelle nochmals ganz kurz an den erst kürzlich an der Justus-Liebig-Universität in Gießen neu eingerichteten Forschungsbereich historischer Erinnerung und kulturelles Erbe vertriebene Spätaussiedler in Hessen seit 1945 der gesamte Inhalt des technischen Systems die Funktionalitäten und das Layout des Portals sind völlig neu konzipiert und entwickelt wir haben also nicht nur bestehendes Material ins Netz gestellt sondern ein echtes Innovationsprojekt realisiert das die aktuellen Forschungsergebnisse aus Fachwissenschaft und Didaktik ebenso aufnimmt wie die neuen digitalen Umsetzungsmöglichkeiten Sie sehen hier einige Szenen des Arbeitsprozesses das Besondere ist alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Hand in Hand damit am Ende ein kohärentes Produkt entsteht Autoren entwickeln also die Aussage von Schaugrafiken oder den Zuschnitt die Färbung und die Inhaltsbezüge von Karten gemeinsam mit Grafikern und Technikern Gleiches gilt für die Auswahl und die Erstellung von Bilderserien für Videos und interaktive Elemente zu diesem Team gehören Kolleginnen und Kollegen der Medienproduktion hier in der unteren Reihe oder auch das Autorenteam hier bei einer Recherche in der Ausstellung Flucht, Vertreibung, Versöhnung im Sommer 2021 in Berlin letztlich gibt es bei uns nur eine Maxime nämlich ein inhaltlich didaktisch überzeugendes Produkt zu schaffen das ist der Antrieb all unserer Projekte und wir sind glücklich gerade diesen Ansatz bei diesem Thema bei Ihnen hier in Hessen so wunderbar realisieren zu können die Einbeziehung der Expertise der Erlebensgeneration und der historischen Fachleute die im BDV und in den Landsmannschaften an den Themen zum Teil seit Jahrzehnten arbeiten so wie etwa eben schon genannt Jürgen Heller und Helmut Brandl das war uns von Anfang an sehr wichtig einbezogen wurden auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen der Geschichtsvermittlung vor Ort so etwa Jochen Rube der Geschichtslehrer in Frankfurter Main ist sowie auch von Spezialisten für bestimmte Ereignisse oder Räume zum Beispiel der Kollegin Julia Tänzer aus Dresden für osteuropäische Geschichte und für öffentliche Geschichtskultur oder auch von Marina Herischko aus Linz für die Schilderung der Zeit als der Nationalismus im 19. Jahrhundert aufstieg und die alten Vielvölkerstaaten also etwa Österreich-Ungarn abzulösen begann während der gesamten Projektlaufzeit haben wir eine enge Zusammenarbeit mit dem BDV Hessen als Auftraggeber und dem Team der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und später Siedler im hessischen Innenministerium gepflegt meine Damen und Herren wir machen sehr viele Projekte genau dieser Art aber ich kann mich an keines erinnern bei dem beide Seiten so offen so Themen zugewandt so vertrauensvoll und so kreativ miteinander zusammengearbeitet haben vielen Dank Schauen wir uns die Inhalte etwas genauer an Sie sehen hier eine Themenauswahl und erkennen einen Ansatz der den Kern des Flucht- und Vertreibungsgeschehens als eine der einschneidendsten Erfahrungen der jüngeren deutschen Nationalgeschichte darstellt und zugleich auch die Vorgeschichte und die Folgen dieses Geschehens einbezieht Menschen die fliehen mussten sind nicht ihr ganzes Leben lang nur Flüchtlinge sie kommen an neue Orte und versuchen weiterzuleben so auch in Hessen Hunderttausende kamen nach Hessen und begannen mit dem Aufbau eines neuen Lebens und das ist eine der bewunderungswürdigsten Leistungen der deutschen Gesellschaft nach dem Krieg und nach all dem Leid und nicht zuletzt geht es uns darum Flucht und Vertreibung auch aber natürlich nicht nur als gegenwärtige Erfahrung zu zeigen die verdeutlicht dass die Forderungen nach Anerkennung der Heimat als Menschenrecht immer noch nur allzu berechtigt sind wir haben das an den Jugoslawien Kriegen oder am Völkermord in Ruanda gesehen und wir müssen aktuell leider auch wieder sagen wer die Zerstörung von Kultur und Lebensweise sowie der landsmannschaftlichen Verwurzelung zum Ziel von Kriegführung und zum Kalkül menschenverachtender Raumneuordnungen macht der begeht ein Verbrechen auch das soll dieses Portal vermitteln die Nutzung aller Medien Genres war uns wichtig wir haben dabei auch interaktive Medien und 360 Grad Techniken genutzt die Vielfalt reicht also in diesem Portal von Autorentexten über Bilder und Karten originalen Quellen bis hin zu Historiker Darstellungen Sie finden aber auch Zeitzeugen Berichte oder zum Teil auch per Audio und Video annotierte Karten interaktive Zeitstrahlen Bild Slider oder 360 Grad Aufnahmen die zum Beispiel Museumsräume erschließen und Nutzerinnen und Nutzer des Portals viel stärker an Themen binden Ziel war es alle digitalen und medialen Möglichkeiten der Gegenwart zu nutzen um Menschen für dieses Portal zu interessieren und ihnen die Möglichkeit zur selbstständigen Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Geschichte zu geben letztlich sollen sie dabei unterstützt werden ein urteilsfähiges Geschichtsbewusstsein zu entwickeln das Material wurde nach aktuellen fachdidaktischen Standards entwickelt und kann daher gerade auch von jüngeren Lernenden genutzt werden das geht mit Begleitung durch Lehrerinnen und Lehrer aber auch im Selbstlernen das geht im Klassenraum oder vor Ort in einer Heimatstube oder auch an einem Denkmal das an Flucht und Vertreibung erinnert und davon gibt es im Land Hessen etwa 250 natürlich ist das Portal außerdem für Geschichtsinteressierte aller Generationen spannend auch wenn ihre Familien nicht aus den Ostgebieten nach Hessen kam denn Alteingesessene und Neubürger haben nach 1945 dieses Land zusammen aufgebaut es ist ihre gemeinsame Geschichte Techniken zur vielfältigen Aufschlüsselung von Materialien haben wir sehr intensiv genutzt hier sehen sie etwa eine originale Quelle einen Ausweis aus einem Flüchtlingslager rechts oben dessen Sprache und Inhalte durch sogenannte anklickbare Punkte untersucht werden können weil sie weitere Informationen aufrufen der Zeitstrahl unten rechts bildet einerseits grafisch sehr übersichtlich die Einschnitte eines Lebenslaufs ab und liefert andererseits durch die Klickpunkte umfangreiche Informationen zu diesem Leben statt also eines langen Textschlauchs eine übersichtliche und handhabbare Struktur die in nachvollziehbaren Teilen rezipiert werden kann und wenn Sie jetzt fragen was sind die Einsatzmöglichkeiten des Portals so kann ich nur sagen die sind sehr breit gefächert das Material ist ja eben auch schon gesagt worden ist frei verfügbar wird in die Lehr- und Lernplattformen des Landes Hessen eingebunden ist demnächst auch über die Seiten des BDV Hessen und des Innenministeriums erreichbar und steht damit dem schulischen Unterricht zur Verfügung im Bild rechts sehen Sie beispielsweise einen Projektwochen Workshop im Oktober 2022 an einer Schule in Fulda die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben sich dabei an fünf Tagen mit einem ebenfalls von uns entwickelten Material zur historisch-politischen Bildung auseinandergesetzt und Themen wie Medienkunde Krieg und Frieden sowie Persönlichkeitsentwicklung bearbeitet meine Damen und Herren wir wollen Danke sagen und zwar dem Ministerium des Inneren und für Sport des Landes Hessen der Beauftragten des Landes für Heimatvertriebene und Spätaussiedler liebe Frau Siegler-Raschdorf Sie und Ihre Mitarbeiterinnen waren nicht nur jederzeit ansprechbar Sie haben dem Projekt auch persönlich so viel Interesse entgegengebracht wie ich es selten erlebt habe Ich möchte dem BDV Landesverband Hessen mit ihren Geschäftsführern Frau Jolanta Lem und Agnes Brügging-Lazar sowie dem Vorsitzenden Siegbert Ortmann danken für die das Gleiche gilt Wir haben Ihre Bibliothek genutzt über Bildquellen beraten uns über Autoren ausgetauscht und vieles mehr Und nicht zuletzt möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der digitalen Lernwelten danken die das Projekt an jeder Stelle mit Expertise und mit sehr viel Herzblut vorangetrieben haben Danke stellvertretend für alle an den Projektmanager Lukas Epperlein Wir hoffen dass sich das Portal als ein überzeugender Weg zur Vermittlung nach wie vor hochaktueller Themen der historisch-politischen Bildung im Netz etablieren wird und damit dem Ziel des BDV und ja auch des Landes Hessen gerecht wird die digitale Welt mit ihren vielfältigen Möglichkeiten für eine fundierte Beschäftigung unter anderem mit Flucht und Vertreibung zu nutzen Meine Damen und Herren ich danke Ihnen recht herzlich Das ist jetzt wirklich das wichtigste Herzlich willkommen im Digitalportal Flucht und Vertreibung Dieses Portal befasst sich mit dem Schicksal der Menschen die am Ende des Zweiten Weltkriegs und danach aus den deutschen Ostgebieten und den Siedlungsräumen der osteuropäischen Länder vertrieben wurden Millionen Menschen verloren ihre Heimat ihr Hab und Gut ihre Gesundheit Viele von ihnen überstanden die Strapazen der Flucht nicht Dieses digital multimediale Portal erzählt ihre Geschichte mit Texten und Bildern mit Videos und Audios mit Grafiken und interaktiven Elementen Es richtet sich an alle Interessierten gerade auch an jüngere Geschichtslerner die sich mit diesem Thema im Unterricht in Vereinen oder Projekten beschäftigen wollen Die Autorinnen und Autoren haben weit ausgeholt und stellen den Kontext dieses Vertreibungsgeschehens dar Sie zeigen die lang- und kurzfristige Vorgeschichte der Ereignisse Und sie zeigen wie diese Ereignisse die Entwicklung des Nachkriegs Deutschlands entscheidend beeinflusst haben und so eine zentrale Bedeutung für die jüngere deutsche Nationalgeschichte und die Geschichte des Landes Hessen bekamen Wir haben uns viele Fragen gestellt Wie konnte es so weit kommen und wie haben die Menschen die Flucht erlebt Aber eben auch wie ging es danach weiter Wie haben sich diese Millionen Menschen von denen viele nach Hessen kamen ein neues Leben aufgebaut Und natürlich gerade für die gegenwärtige Generation ganz entscheidend Hat sich etwas geändert? Wie gehen wir heute mit Flucht Vertreibung und Heimatvertriebenen um? Entstanden ist ein digitales Standardwerk bestehend aus umgerechnet fast 400 Seiten Text mit mehr als 1000 Bildern und etwa 800 Videos und fast 150 interaktiven Elementen Gegliedert ist dieses Portal in 9 Hauptkapitel denen insgesamt 39 Unterkapitel zugeordnet sind Wir hoffen dass wir Ihnen mit diesem kurzen inhaltlichen Überblick Lust darauf gemacht haben unser Digitalportal auf eigene Faust zu erforschen und wünschen Ihnen dabei viele interessante neue Einblicke und Entdeckungen zu Vielen Dank.